Das ist ja auch mal ne Begrüßung. Dustin Time. Ja? Ja, ja, wie immer. Ich hab einfach die Mechaniken für sowas. Oh mein Gott. Ich dachte, das kommt von der Begrüßungsprochene. Dann kommt erst mal F***külle. Oh, apropos, was seh' ich denn da? Dein Liebling kommt da, ne? Mein Liebling? Ja, Morgana als Supporter. Morgana ist kein Support. Wie oft soll ich denn das noch erzählen? Ja, aber da steht halt einer. Das ist mir egal. Morgana wird einfach nur missbraucht für Support. Also wir haben sehr einseitigen... Also zweiseitige... Master, äh, Keymastery. Ach ja. Lustig, dass die Gegner überhaupt keine Thunderdots haben. 30 Sekunden ist wahrscheinlich der Basal. Yay, es bewegt sich. Was ist das denn? Ja, bei dem Skin... Vodka-lover. Vodka-lover? Was? Wo? Wer? Tristana heißt so. Also, ja, ist super. Von wieder Russen. Ähm, bei dem Skin hier finde ich halt zu schade, wenn du so eine Bubble machst, ne? Der Sound ist immer so... Plupp. Plupp. Nie, als ob das so eine gefährliche Attacke ist, was das ja eigentlich ist, ne? Einmal nur so... Plupp. Okay. Wir haben die im Jungle. Boah, wir... Vor Level 6 wüsste nicht allzu viel sehen. Boah, die Töle. Achso, weil ich die auch harte ist, ähm... Egal was du machst, sorg einfach dafür. Äh, deine Frames müssen zum Beispiel nicht... ...atbestig extrem hoch sein, ja? Mhm. Die müssen aber stabil sein, das ist das Beste. Also... Ja, die sind stabil. Naja, das ist einfach nur, äh, ganz, ganz wichtig. Oh, scheiße, jetzt hab ich gepennt. Du hast gepennt? Was ist denn jetzt wieder? Ja, ich hab viel Life verloren und bin dann direkt an den Red Buff. Sonst hätte ich jetzt erst meinen Keks reingeschmissen und kurz gewartet. Wird's übel knapp. Nein! Nein! Das steht ein 7 zu 9 von Frames. Oh, komm! Den hätte wir ja lassen können, du. Deines bist du wie. Oh, nein. Schon wieder. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich muss doch nochmal einen Fell reinhauen. Nein! Nein! Den Stun hab ich nicht verstanden. Wer ist denn Stun? Oder der Versuch Mit der Anivia IQ Warum? Ich muss aber jetzt mal ein bisschen was machen Du hast den Stun, hast du alle 8 8 bis 9 Sekunden hast du den? Ich musste doch mal probieren Ach fuck, alter Ey, wir machen das jetzt anders So machen wir das jetzt Oh, das stimmt, führe ich vom Farmer, der hat, äh, Anivia hat unten geworden Irgendwie jetzt gerade auf das falsche Minion Brauch nichts machen, Anivia lässt sich von den Minions fertig machen Das geht mir so oft, so wenn ich Midlane spiele, da denke ich mir, wie kann man einfach nur so Total freiwillig ein halbes Leben schaden nehmen von Minions Na, das ist, okay mit Anivia muss man noch sagen, das ist echt schwer unter dem Power zu farmen Weil die hat so eine langsame Auto-Attack-Animation Dabei haben sie die ja schon angepasst, ne? Ja, ja, selbst angepasst ist das immer noch Laaag Da Ähm, hier macht nichts in der Mitte, das bringt nichts Wir hatten noch hier Ei und so weiter Ja gut, wenn sie im Ei ist, das schnellste, das kaputt zu hauen, meine ich, ist schnell passiert Aber ich würde sowieso lieber erstmal schaffen gehen, vor allem Ist okay Die Rillia scheint oben den Swain auch gut zu rasieren Ja, dann, also wenn die den unter Kontrolle hat, ist es easy Swain muss snowballen Oh Oh, lol Ich hätte echt so viele Minions bekommen, hab ich Trist, come on Dude Please Oh, der Vogel weiß nicht, wie er seine Ulti und sein Ei zu machen Der Vogel weiß nicht, wie er seine Ulti und sein Ei zu machen Oh, ein Camp fehlt mir noch, ne? Hotlane fehlt? Oh, ich bleib nur damit Boah, ich hatte ja vorher wieder so'n Game mit so'n Rangor, der hat mich 24-7 gecounter-jungled Da war echt so viel Salt wieder bei mir am Start Was? Ja, wir haben es dann halt verloren Ah, fuck Ah, fuck Ah, fuck Ah, ne, wir haben jetzt beide Heals auf Weg dem Minion So'n Geil Die hat oben hin gewordet Und ihre Ulti wieder versendet Oh, warte mal, ich kann sie zu dir bringen Geh einfach runter Nee, die sieht mich von da, weil ich schon in Tower-Sichtweide bin Oh, jetzt verliert sie wieder Leben, pass auf Ich kann doch kurz zugucken, wie sie ihr Leben verlieren Ah, wie geil Undankbarer Ganker gerade Ah, 62 Müssen wir weiter ausbauen Ja gut, der Sven wird dort einfach gesnackt Oh, ja Okay Das war eine Kombi, übrigens Was von mir? Musst du nicht, dass ich so viel Schaden bei der mache? Bleib mal weiter vorne, ich brauch Vision dass ich ungefähr sehen kann wie ich wohin muss Warte, warte. Willst du mit Dings stunnen? Wenn du stunnen kannst, dann ist er bot. Fuck. Das ist nicht schlimm. Soraka holt. Hotline TP. Oh, sind die schlecht. Oh, krass. Ja, das soll nicht unser Schaden sein, dass es schlecht wird. Okay. Gut, ich geh base, ne? Die sind alle bot. Ja. Oh Gott. Gute Ahnung. LCS Anivia. Bist du reingelaufen, oder? Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Das war auf jeden Fall übel, merkwürdig. Ich hab nur gesehen, dass es auf einmal am Ei war und dann war sie tot. Achso, ja, ja, die hat ein Organerbein. Ach, die Töle, Alter. Hässliches Stück Kacke. Warum slowt mich denn der Wasserdrache so übel? Ist das normal? Ja. Ja. Eine seiner Feetgarten. Komm. Komm. Oh, ich brauch noch ein Ballchen. Ja, 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 ja. Und... Ja, natürlich. Er killt mich einfach imaginär mit nix. Robic Ulti bricht ab und ich krieg Schaden. Wieso? Mach doch schon wieder keine Laune mehr. Ach, tschuldigung, Mann, ey. Ich konnte halt nicht früher dann... Ne, sowas nervt mich einfach. Robic ist halt einfach ein richtiger Caster, er kann zaubern. Macht Schaden, obwohl er nichts tut. Ne, also, was ich glaube ist, dass der letzte Pog von seiner Ulti, ähm, noch Damage gemacht hatte, während ich ihn weggeschlagen habe. Die hatte übrigens kein Ei. Ja, ich weiß nur nicht, warum die da jetzt eine Wolke sind. Oh, der ist nice. So, Ani, wir... Ich lieg's mit meiner Scheiße. Hört mich der mit auch? Was ist die denn? Nein, gerade zu weit, äh... Ach so, zoweit weg. Mach mal, äh, hier ein Pinkboard. Okay. Verläutigt hier alles. Wow, wege Spot. Und die checken's nicht. Und die checken's nicht. Und die checken's nicht. Hat einen Schisser, der Junge. Upsala! Upsala! Hä? Warum hab ich denn auf einmal Tower? Ach, dieser Vorweg. Ich bin in Kontrolle. Ey, hier blitzt es bei mir. Ja. Nein. Oh! Oh! Ich dachte, das warst du. Dabei war das ja Vorweg. Offguard. Ja, ja. Oh, richtig. Richtig. Äh, fett Offguard unterwegs gewesen. Und zwar. Ich kann so viel mehr gehen. Ah nie, wer kommt hoch? Da steht ein Pink Diese Wall Die Wall war auf jeden Fall absoluter Panagius Ja, wo war die Frank? Hier? Der Pink war dort Ja, den ziehe ich jetzt aber nicht Ich muss immer Flash opfern, wenn ich irgendwas killen will Ich will nicht mehr so oft flashen, warum wird denn so oft gepinkt jetzt? Weil die auf Butler hinweg Ich weiß aber auch wohin Vorvik kommt hoch Ja, die ist dort Ich weiß nicht, was ich weiß nicht Ich weiß nicht, was ich weiß nicht Anivir hat keine Ecke noch. Mhm. Oh Alter, ist ja richtig besser. Und jetzt Ulti? Hab ich nicht. Hollaai! Hast du diesen Slide gesehen? Jaja. Alter. Also alles andere wäre ja auch ne Enttäuschung gewesen. Ist heute Chalker oder wie hat das geklappt? Was bringt der Wasserdrache eigentlich? Oh, der ist geil. Vor allem für dich, wenn du ein bisschen lebensdeckst. Außerhalb des Kampfes bekommst du erhöhte Lebens- und Mana-Regeneration. Also du dürftest ab und zu dann irgendwie so Leben aufkloppen sehen oder so. Willst du noch mal töten? Noch mal töten. Warte. Was? Guter Snipe. Was? Ja, der hat den ganz viel klappt. Boah. Boah. So ein Bug Abuser, ich habe den gerade seine Ulti abgebrochen und ich kriege den Schaden trotzdem Da steht nicht mal an mir dran Das ist so ein Scheiß Du brichst den seine Ulti ab, er fuchtelt weiter auf der Stelle und du kriegst den Schaden obwohl du schon lange am weglaufen bist Oh, das geht mir so auf den Wirsing Oh, danke, ich habe den Waff und ich gebraucht Oh, komm Du hast es mit den Tauern heute, oder? Ja Wie weit Jungle läuft? Halt direkt auf halbe Leben Weil Jungle läuft nicht Du hast glaube ich doch Riven Jungle Bitte? Du hast glaube ich doch Riven Jungle Komm her, guck mal nachher zu Boah, wie dürfte der unten sein irgendwo Wenn der hier oben ist, ich habe leider nur keine Ulti ab Der hatte wohl keinen Bock weiter zu gehen, oder was? Der hatte wohl keinen Bock weiter zu gehen, oder was? Der hat sich wahrscheinlich schon beschwert Wie dürfte der mitleinen bei mir im Jungle Wer ist die ganze Zeit Countergejungle Oh, guck mal da ist ein Da ist ein Mitlein Der hat mich anspringen wollen, Mann Ja, ich habe mich auch gewundert, wo du hin wolltest Also Ihr habt eurem Blinker angelassen Ah, ich habe vergessen vorher auf sie zu dricken Und zu gucken, ob die Eye Up hat Aber Okay, das waren halt einfach die Extended Plays Ja Aber ist ja auch Wurf Okay, wir gewinnen nur wegen deren Top-Lane Ja Weil die Mitte ja auch um so viel besser ist Ja Ja Wurf Ich sehe dich Weil die tägliche Ja 단 Vielen Dank. Was kaufe ich mir? Nice job, Morg. Siehst du, da wird man gelobt, wenn ich Morgana 15-1 in der Mitte spielt, da wird man einfach nur als 0-Skill-Champion geflamed die ganze Zeit. Ich habe den Flug geklaut. Da wollte er noch smiten und die hat Ulti schon drunter gesetzt. Guck mal hier, guck mal hier. Oh. Komisch. Aber nimm mal so hin. Okay. Okay. Ich würde mal Mitte, wenn da vier auf dem Bot sind. Ulti raus von Sorak. Oh. Die sind lecker. Sind alle lecker, ja. Nein. Nein. Ich bin so schlecht. Wahnsinn. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Alle wieder. Alle wieder. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich kann so lecker. und doch 8 sind alle nur noch nicht ab Klingt leider. Da kommen wir ja nicht mehr ran. Wir haben halt einfach mal vier Leute. Der ist der Nummer. Der ist der Nummer. Der Brake hat 1,20. Die haben da gut ein bisschen. Ich würde auch passen. Könnte ja keinen Flug gebrauchen. Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Oh, da unten geht Party. Der war wie gesnackt. Stop. Das ist das Beste was man machen kann. Komm, lass Dings machen. Ja. Das war mal ein sehr sehr schweres Geht. Ja.